Oh Gott! Oh Gott! Man! Das ging schnell! Hahaha Ja moin und herzlich willkommen bei Battlefield 5 Firestorm! Hallo! Guten Tag! Wie geht's dir? Hallo! Ja in dem Battle Royale Modus von Battlefield Ich spiele das jetzt zum ersten Mal und das wird höchstwahrscheinlich wieder eine Art Fail Video weil wie ihr wisst kann ich kann ich keine Shooter spielen Oh! Das geht ja jetzt schon gut los Ich kann nicht spielen Hahaha Ja ich hab nur noch 6 Schuss Oh jetzt wird's rot Das Licht Oh Gott Haha Wie strecke ich jetzt aus? Okay das ist die Karte weiter So jetzt kann ich schon springen aber ich will noch nicht springen weil ich sehe gerade dass hier jede Menge Leute abspringen Oh Gott! Ich hab Angst Ich hab Angst Ich hab Angst Wann soll ich denn jetzt abspringen? Ich weiß es nicht Komm wir springen einfach mal jetzt ab Scheiß drauf Oh mein Gott Oh mein Gott Da war grad Da war grad jemand So ähm In das große Gebiet ist das Sinnvoll sich in dem großen Gebiet niederzulassen Ich sehe Nicht Ich denke nicht Da auch nicht Scheiße! Ich Mist Oh oh da ist schon jemand So mein erster Gut 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 Aber das die ist lila Ähm mit zwei wechsel ich Hm Gewehr 43 Ich weiß nicht was hier Stärke ist und was nicht Das ist das Problem Was denn? Ich hab echt keine Ahnung was Welche Waffe hier am besten ist Panzerplatte Ist das so eine Art Rüstung? Und ein Rucksack Das war ja auch Sturmnaht Wo 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 wo? Ich bin noch im ähm Im grünen Bereich Das ist gut Ich höre Ich höre was Ich höre es Oh Gott hab ich Angst Oh Gott hab ich Angst Oh mein Gott Feuer auf Sturmnaht Ach, jetzt kann man das Zeug hier erobern. Okay. Versorgungspunkt B wird angegriffen. Geh ich mal hin. Was habe ich zu verlieren? Au. Ah, jetzt gibt es keine Versorgungspunkte mehr. Kacke. Das war's. 32 am Leben. Ich habe 50 Punkte bekommen. Juhu. Was ist sowas für ein Schiss, ey? Die Alarmsirene. Ah, ich bin immer noch im sicheren Bereich. Das ist ja perfekt. Versorgungspunkt verfügbar. Wo denn? Bei Al. Bei Alfred. Ist mir aber zu weit weg, muss ich sagen. Ich geh mal zu Alfred. Alfred. Da ist jemand. Da ist noch jemand. Wo ist denn der jetzt? Da sehe ich doch jemanden. Aber der ist etwas zu weit weg. Und ich höre einen Wagen. Was war das? Oh Gott. Ich denke mal, diese weite Wiese ist ein recht guter Ort, um nicht entdeckt zu werden, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie man mich hier sieht. Oder ob man mich hier gut sieht im Gras oder nicht. Feuersturm naht. Oh Gott. 17 Leute am Leben. Das ist schon ordentlich, dass ich unter den letzten 17 bin. Wo sind denn die alle? Ich sehe keine Sau mehr. Aber ich höre Schüsse. Höre ich da? Was ist das denn hier? Ich will nicht aus meinem Gebüsch weg. Oh nein. Da ist jemand. Mann, ich rette ihn nicht. Verdammt nochmal. Wie kann mich denn jetzt darüber? Verdammt. Keine Munition mehr, oder? Scheiße, ich habe nur noch einen Schuss. Nein, 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 nein. Was? Ich hätte nicht schwimmen sollen. Aber neunter Platz. Das ist schon immer ordentlich. Scheiß Dreck. So, neue Runde und neues Glück. Ich will dieses Mal versuchen, etwas offensiver zu agieren. Nicht so angsthäßlich. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Alter, 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 alter. Hier springe ich nicht ab. Na komm, ich spring mal, ich springe auch mal ab. Ich wollte ja etwas offensiver agieren. Hallo. So, in die Häuser gehe ich erstmal. Folgt mir jemand? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte sowas von verrecken. In das rote Haus kann ich agieren. Das sieht sehr einladend aus. Willi-Kid. Panther-Platte. Waffe, wo ist meine Waffe? Waffe! Oh Gott. Oh Gott. Mann! Das ging schnell. Oh Gott, ey. So. Runde 3. Das ist noch spring ich nicht sofort ab. Jo, doch. Jetzt spring ich dann ab. Oh, das sieht aus. Macht's gut. Und grüß mir den Teufel. Denn ich werde ihn heute nicht sehen. Ich werde gewinnen. Dauerkuh. Oh Gott, da ist wieder jemand. Mann, man hat ja auch keine Ruhe. Verbisse dich ja hier. Ich habe eine Axt. Alter. Und eine Mine. Und eine Axt. Was will ich denn jetzt mit einer scheiß Panzerfaust? Okay, ich habe noch keine Waffe. Das sieht nicht gut aus. Was ist das hier? Hilfe. Hilfe. Ich brauche eine Waffe. Na hier. Oh, klasse. Oh Mann, ey. Ich hätte den erst reinlassen sollen. Oh Mann. Ich kann einfach nicht schießen. Jetzt werde ich aber gewinnen. Komm, jetzt muss ich ja raus. Oh, da ist schon wieder jemand. Ich könnte kotzen. Hier scheint mir niemand hinzufolgen. Hier kann ich erst mal genüsslich looten. So. Ja. Jetzt habe ich erst mal eine Waffe. Welche ist denn besser? ich weiß es nicht, ich spiele nicht so oft Battlefield Oh, Apex Legends ist jetzt spielbereit Das will ich auch noch aufnehmen Mein nächstes Fail-Video Oh, geil Ich hab mal Glück Hier scheine ich halbwegs sicher zu sein Aber man ist nie sicher Ich bleib erstmal hier irgendwo im Dickicht der Wälder oder der Bäume, eher gesagt So Hier kann ich ausharren Ich bin noch am Rand Das ist auch sehr nett gemacht Also es ist ja nett dass das Spiel weiß, dass ich scheiß bin und mir Vorteile bringt Nun heißt es warten Warten auf den sicheren Tod der mich bald ereilen wird Die Zeit ist nur die Frage Wann werde ich sterben Da krieg ich mich mal in eines der Häuser Da schießt jemand Oh Gott Mein Gott Ich hab Angst Ich hab noch mehr Angst Oh Gott Er kommt Da ist er Direkt vor meiner Hütte Und Kacke Ich hab jetzt kein Glück mehr Ist aber noch recht groß der der Feuersturmradius oder Ja Ja Oh Mann, ey, warum, 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 warum kann ich in Shootern keine Menschen umbringen, weil ich Pazifist bin, ich bin Pazifist, jetzt ist es raus, deswegen kann ich auch in Shootern niemanden abknallen, ja, ich schieße absichtlich daneben. Das war's mit Battlefield Firestorm, ich werde das nie, nie mehr spielen, bis zum nächsten Video, wahrscheinlich, vielleicht Apex Legends, da werde ich auch nur auf den Sack bekommen, aber egal, dann bis zum nächsten Video, Tschüss.